und er wird ein herzliches willkommen zurück zum metro last light weiter geht's mit weiß ich überleben so nach dem motto ich find's geil jetzt schon fertig mit lan alter heftig stimmt ja wir sind jetzt in der oberfläche das ist offen die oha oha wie das immer so gedrückt werden muss der wälder 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 absich hey 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 chill 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 you base wait for me ok bruder komm bewegt dich ja das ist schon kennengelernt hey da gehen wir nicht runter kriegt eine wumme ich werde voll auf die fresse fliegen dass der nicht runter fliegt der wundert mich ich werde schon ziemlich aus dem wälder geflogen direkt ausgerutscht und nach unten geflogen und mit einem zug die aber stürzt ja eine ich glaube das unter mir oder ja sieht ja noch so aus schnell dahin du wartest aber perfekt schnell 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 rinnte dann läuft doch ja 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 ich wenn ich blöd ich wollte hier die alte scheiße aus wenn du mich fragst hallo hallo oh nice thanks man komische bruder was gefahren ich dachte immer schlägt ein wo geht kaputt aber ok los 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 verspeichert das ist dumm event kontakt wird hier ob wir wollen oder nicht schön da fliegen wir nicht mit es ist offen ja dann Ja, dann geh. Habt ihr Flugangst? Oder... Wie seht ihr das? Geh doch! Alter, bist du lange. Er merkt sicher sein Ja, aber doch nicht im Schneckentempo, Junge. Durchgucken, zack, sicher, fertig, weiter geht's. Komm, wir heben jetzt ab. Oh, ne, Digger. Häääh. Jo, du bist Korpi, du kannst auch steuerreifen. Götter. Häääh. 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 Oder wie geht ihr das mit den Piloten? Ich meine, viele vertrauen die ja nicht. Ich meine, wo die nur ein scheiß Tag kam, wo die Debride und der zieht da unten. Ne, nach oben. Ach, keine Ahnung. Du dead? Ey, was machst du da? Bist du dumm? Wo? Junge, ja, kratz nicht ab. Ey, mach den Scheiß nicht alleine. Du kommst ja mit. Zu mir sagen, aufpassen, aber selber nicht auf die Kette kriegen. Wenn du nicht wohnst, hätte ich wahrscheinlich so geforscht. Wie die anderen hier. Wie? Wie? Wie dieser? Wie dieser hier? Okay. Okay, okay. Okay, let's get out of this place now. Now! Artjum, go right. I think we'll find the entrance behind the building. Das ist schön. Oh mein Gott, das war so. Ich kann nicht schießen, Alter. Häftig. Jetzt. Mensch, das ist mit dem Vogel, Alter. Ich hab' ein Brandgeschoss. Nice, mein neuer ist raus hier. Ich brauche mal ein bisschen die Dinge aufhören. Oh, kacke. Halt aus, wenn einer Licht macht. Du, der ist da. Alter. Du nur noch ein Kind. Warte, lass mich nachladen, du. Ey, Bro. Bro, 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 Bro. Warte mal, warte mal. Das ist plötzlich, dass wir keine Granaten haben, Alter. Komm, Bruder, komm. Nicht drauf gehen. Lass ihn. Wo müssen wir lang? Lauf und geh nicht. Oh, warte, so. Okay. Ach, du Scheiße. Scheiße. Da wird's wieder verarschen, Bruder. Ey! Wie wechsel ich das nochmal? Mit 10, ne? Ey, warte, ich mach grad' da wechseln. Äh, nicht auf mich, du Bastard, ey. Oh, kacke. Oh, kacke. Alter. Äh, ich bin tot. Alter, war das knapp, Junge. Komm, 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 die. Ja, klar. Ja, klar. Willingst du geschafft, Digga. Einfach rein, mal alles fertig. Gab's keine Probleme. Ich weiß, was ihr... Was... Was, die Kunde ist mal fertig? Äh, wo geht das hin? Okay, come on in. Sorry about that. Dangerous signs, right? We're going up soon. Are there many watchmen around? We were lucky to get here. Okay, there's a nest in the building by direct plane. Oh, no wonder I have such a vacuum today. Oh, you want a nightmare? Why, it's waiting for you up there. No sense going with just three men. Artyom, so, if it's culture you want, the Bolshoi is up there, above us. All the actors who survived are here. People come from all over the metro to see the shows that we've done. Ah, yeah. Okay. Okay. The station next to this one is Revolution Square. One of us. Red. And Revolution is fitting distance to Polis. So, I, as a good communist, which I am, will vouch for you. They'll have to let you through. And you'll be home in no time. What do you think? Are you the one they just told us about? Yes, we are. Great. Come in, then. So, my Spartan friend, have a look around. There's plenty to see you, huh? I'll talk to my people and find you. Welcome. Have a good rest. But you do understand that we can't. Ah, yeah. Look, I don't make the rule. I saw what I was talking about. Who does that? You're so hard to ride it. 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 Huh. I thought I had to be dead. Get back. Okay. And then, what's that also made? schon krass willkommen bruder enttäuschen gegen diese nachts nachts sicht ist gut 2 oder so klammern der schalter verlassen wir ich kann gar nichts in super shake 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 ja das ist aber was muss ich jetzt machen ich stell mich da jetzt nicht in den Bett an komm ich doch nicht mal rein Artyom, ich habe alle Arrangements, wir können zur Revolution gehen äh du hast es aber was machen wir jetzt, Dude was kommt der denn jetzt her dann bin ich durch dann kannst du mir verraten wo es hingeht haa so ok wuh alter komisch erste Reihe ist noch frei wie geht das die ist doch nicht vorbei, Digga ach scheiße ist das Lackfarbe? die Sprühhörsen? sieht mies anders aus naja scheiße kann man machen oder du läufst mir zu langsam, komm aus dem Arsch Artyom 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 Looks like you're a bit woman hungry ja well yes yes it's a hard life but a soft anyways I tell you we should be going but let's drink to the fact we are still alive ha it's on me okay oh ja definitiv here you are you are special from the old stock and including it for half a year oppa that's great so let's drink Artyom ah schmutz smooth stop eh and this is a good place but yeah home is the best you know I traveled all over the metro and people talk all kinds of shit about the red night and it's awful there it's like food and we shoot comrades for nothing and you can't even tell a job without getting arrested wait let's have another drink here goes Artyom wow so yes our life is a bit strict one party one leader one ideology but we have ordered we have ordered and everything is shared food medicine fuel shelter no rich men drew but no beggars either another drink and now to equality come on not not a international old dispel but you know I'm sure you're not happy when you were trying to save them you know in due to the wie viel ist denn eins im glas drinnen becher was auch immer das ist jetzt mich verarschen so ein wichser krass ja wie es weitergeht werdet ihr im nächsten video erfahren deswegen abonniert meinen kanal legt das video glocke aktiv ist bescheid kommentar ballern und bis zum nächsten mal tschö mit bis zum nächsten mal